Hallo und herzlich Willkommen mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Costume-Zombie-Map DEV und mit dabei der Niko, Reaper und die Pornostimme Kampfschaf. Guten Tag Jungs. Echt, den Ruf hab ich weg. Oh, den hast du weg. Jungs, habt ihr das gelesen? 103 Zombies. Das ist der Wahnsinn. Also, 103 Zombies in Runde 1. Wir haben die Map damals schon gezockt. VT und ich haben die gezockt. Wir haben es einfach nicht gepackt. Das ist so lange her jetzt. Und ich dachte, jetzt versuchen wir die einfach nochmal. Kann meiner nur der Pornostimme helfen. Ich bin da, ich bin da. Ich hoffe, ich schaff's. Kevin, welches Lied? Warte, ich mach dieses, da ist ein ganz, ganz lustiges Lied. Wie heißt das? Gay Bar? Nein, nein, nicht Gay Bar. Gay Bar nicht. Das ist so ein alter anderes. Kommt her. Kommt her. Jungs, ein am Leben lassen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Und wo kommt ich den her, Mensch? Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ein am Leben lassen. Oh Gott. Lass einen am Leben. Kommt die mal her. Lass den Boden. Das kann sein. Okay. Ist mir schon klar, wenn die Kunden... Stopp! Auf einer steht einer vor dir, was? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sechs noch. Das sind Marmorstein und Eisenbrichter. Achtung, 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 Achtung. Einen am Leben lassen. Ah, Jungs. Warte, ich schieße. Warte. Noch zwei. Ja, rette. Ich hab's. Oha. Ich hänge. Oha. Boah, die Musik muss ich erstmal leiser machen. Boah, Jungs, zu viert geht's. Ja, mach ich. Hoffe ich. Nein, er kommt zu dir. Jetzt einer ist noch, Jungs. Einer ist noch. Wo ist der Zombie? Ja, nehmt ihr mal bitte ab. Ich will Musik leiser machen. Okay. Ich hab ihn, glaub ich. Nee, hab ich. Nee, du Arschkopf. Nee, du Arschkopf. Ach, Jungs, Alter. Wie gesagt, die Karte hat's richtig in sich. Wir haben's nicht gepackt damals zu zweit. Was ist jetzt der nächste Schritt? Warte, hier ist irgendwo Power. Da ist Power, glaub ich. Hier ist, glaub ich, Power. Mach mal auf. Einer? Hier ist Power. Ja, mach mal auf. Du wirst sterben. Und tot. Egalo. Rettet ihn, rettet ihn, rettet ihn, rettet ihn. Ich lenk ihn ab. Ich sag euch gleich, wo Jugger ist. Ähm, und zwar hier lang. Hä, geht nicht auf. Warte, warum geht das nicht auf? Da ist noch eine Tür, deswegen. Ah ja, die geht auf. So, jetzt können wir hier erstmal campen. Die wird nicht aufgekauft hier. Kann ich kommen? Ich hab die Zimmer noch am Arsch. Du kannst kommen, ja. Ey, ich hab aber kaum Munition. Ich würde gerne töten, damit ich mehr Speed Cola hab. Hier kriegt's Amor für 1000 irgendwo. Ich hab grad Amor 1000. Ja, ja, hier, 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 hier. Das kostet mir die Totenlage. Hier müssen wir campen. Schau mal kurz ne Waffe. Ich brauch auch ne Waffe. Und Muni brauch ich. Und ich brauch, ich brauch, ich brauch alles. Ich brauch Speed Cola. Jungs, hier ist Chipsum. Muni! Hier können wir nur so viel Glück haben. Was ist denn das für goldene Muni hier? Ach so, ah. Oh, bin ich mutig? Bin ich mutig? Bin ich mutig? Ich bin tot, wa? Lebe ich noch? Ja. Da liegt Muni. Wo ist denn der Trigger hier? Warte, warte, hier. Jungs, ich brauch Speed Cola, ich brauch Speed Cola. Ich brauch Speed Cola. Jungs, ich brauch Speed Cola. Das war das lustige Deal. Ne, ne, jetzt ist es nicht. Also ich find's lustig. Ihr müsst mal, ihr müsst mal vorne stehen. Aber guck mal, wie viele Zombies in Runde 2. Das ist der Wahnsinn, wa? Wo ist denn der Counter? Wo ist denn der Counter? Da unten, zwei Mal. Boah. Ich find's nur den Counter voll. Ich muss Speed Cola irgendwie hin, aber das schaff ich nicht. Das ist mein Ende dann. Zum Schluss will ich es sein. Ja, wir werden sterben, glaub ich wegen Muni. Ach ne, kann man kaufen hier, wa? Ja, aber der Trigger ist komisch gesetzt. Ja, der ist hier. Ey Jungs, ich seh grad. Zu viert geht das. Voll fit. Ihr müsst euch vorstellen, wie ich und ich hab sie zu zweit gemacht, ne. Das war die Hölle auf Erden, echt. Wir haben so oft versucht, das hier zu packen. Das ging einfach nicht. Wie weit seid ihr denn gekommen? Ähm, kurz vor Endgame. Das ist da vorne ein Poster, das Endgame. Zeig euch gleich. Aufschau, komm mal da noch um. Oh, pss. Ich bin leer, Jungs. Nach vorne mit euch. Wahrscheinlich so ein 14-jähriges Kind. Hat nur ich Muni gekriegt oder alle? Ja, das würde ja nicht 1.000 kosten, ne? Ich hab schon mal Maps gesehen, da kostet das 1.000 für alle. Jim, vorhin hat sich auch 1.000 gekostet. Ja, wir werden jetzt einfach hier campen, würd ich sagen. Ganz, ganz lange. Erstmal, ja. Weil wenn wir aufkaufen, dann spawnen die von überall. Wir haben gar keine Chance mehr zu campen. Was ist denn dieser blöde Trigger? Ähm. Ich suche die ganze Zeit den Trigger. Oh, 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 oh. Ich belebe ihn wieder. Ja. Ich muss nachladen. Jungs, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Dann kauf auf. Dann kauf auf oder so. Lauf. Noch 27 Zombies schaffste. Dann lass uns halt down gehen. Lass uns halt down gehen. Nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir aufgekauft, das ist jetzt das Problem. Das ist scheiße. Egal. Ja, überall. Das müsst ihr euch gleich mal angucken. Na, egal. Du kannst da vorne bei so einer Fall... Was? Ich bin gelaufen und da steht einfach Game Over. Da war ja 2 Rounds. Okay, ich bin erledigt. Okay, passt auf. Jetzt kriegen wir's hin. Jetzt kriegen wir's hin. Lass mich mal an die Mucke. Hm. Das war's nicht, wa? Ganz lustig. Ja, lustig. Ja, war's doch Gaber. Der Gaber, also. Pssst. Ich. Ich. Ja, ich muss schon sagen, zu viert ist das ja... Das ganz andere. Ja. Ihr müsst euch... Wir haben uns hier abgequält zu zweit. Wirklich. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Aufgenommen? Oder nur probiert? Wir haben aufgenommen auch. Aber das ist dann nicht hochgeladen. Okay. Darf ich auch mal an der Kiste drehen? Ich sag euch mal, wie teuer Endgame ist. Ich glaub 50.000, wenn ich das richtig gelesen hab. Boah. Das geht ja. Gibt Schlimmeres. Na. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig gelesen hab. Na, 50.000. Ja, ich verstehe. Und hier gibt's noch so'n... Hier gibt's noch so'n kleinen Trick. Den Viti und ich immer gemacht haben, weil wir zu zweit waren. Wir haben die MGs aktiviert. Und haben uns dann da reingestellt. MGs aktiviert? Naja, hier sind so MGs. Und dann sind alle Tombis gestorben. Das ist bisher nur den Zepper gesungen. Nix. Darf ich mir Speedcola kaufen? Mach was für uns? Pff. Ja, aber dann muss einer... Kauft auf schnell die Türen. Macht Strom an und hier aufkaufen. Die nächste da vorne. Hm. Die hier. Wir werden sterben. Gott sei Dank. Komm rein hier, Nico. Komm rein. Ich hab dich freigeschossen. Da liegt was? Ne Atommombe. Egal. Ich komm da nicht hin. Warte, pass auf. Für dich, für dich, alter. Ja, okay. Jetzt bin ich schon bei euch. Aber ich war bei Strom. Raus hier, raus hier. Ich hänge irgendwo. Die scheiß Zombies am Boden. So. Okay. Optimal ist es natürlich nicht aufzukaufen, ne? Ich such immer noch diesen Scheiß-Trigger für die Aimor. Hä? Du musst einfach nur vorgehen und drücken. Hier ungefähr. Hier ungefähr ab. Hier hin. Hier. Hier. Jetzt seh ich's. Oh, Jungs! Ich hab doch Sweet Cola, Mann. Das wär voll kacke, wenn ich draufgehe. Der Trigger ist so dick. Also du kannst ja echt keine Muni kaufen. Doch, doch. Aber nur, wenn ich ne ganz bestimmte Richtung stehe und gucke. Okay. Ich bin jetzt nicht blöd oder so. Zombie drin! Muss ich ja Muni kaufen. Wie gut funktioniert der Seppel? Oh! Der funktioniert, glaub ich. Aber machen wir nicht an. Brauchen wir ja nicht. Jetzt noch nicht. Noch nicht. Der ist Runde 2. Hier, der hier. Falle. Ah, geht ja. Ja. Das hab ich vorhin schon mal gesagt. Schöne chillige Musik hier. Da hat der Nico es geschafft, uns zu töten. Ah! Ha! Ha! Ist die gepuncht? Ne, ne? Ne. Ja, ich muss nicht immer vorne stehende Punkte machen, also. Wer möchte, kann auch gerne mal. Wer mutig ist. Was geht eigentlich? Was hast du gerade gesagt? Wir machen 30 Töp. 5 Sekunden später. Haha. Sag aber an Nico. Hä? Mhm. Was lag an mir? Dass wir drauf gelangen sind. Nein, Quatsch. Ach. Wie war's eigentlich? Ich hatte keine Muni mehr. Dann sind wir gestorben oder so. Ach nee, nachladen musste ich. Entweder ich musste nachladen oder... Ich hatte keine Muni mehr. Was sind... Das sind Standardausreden von jemandem, der leichtfertig drauf geht. Oder ich hatte einen Lag oder sowas. Du hast einen Lag? Ne, das wäre die dritte Ausrede. Achso. Oder das Spiel ist einfach scheiße. Ich hab absolut gar kein Problem hier mit Muni kaufen. Wir könnten mal einen am Leben lassen. Raus hier, raus hier. Einen am Leben lassen, schnell. Kauft euch mal. Geh mal Kisse oder so. Und du hast alle Perks. Töte mal einen. Hab einen getötet. Oh, Affen, Jungs, Affen. Ach, leck mich doch. Oh Gott, hattest du Perks? Ja. Nimmt ihm mal einer. Oh, ich hab ihn. Genau. Rettet ihn mal. Dann ist so hässlich, er richtig schnell zu mir. Haha. So, ich hab Speed Cola. Reicht mir. Boah. Warte. Darf ich töten? Dann kann ich vielleicht noch an die Kiste gehen. Ja. Waren alle dran? Warte, warte. Oh, ich kann mir Kiste nicht leisten. Wo ist ein Automat? Schnell. Überall. Double Tap. Wir haben alle schon vergewaltigt. Oh. Hahaha. Ey, will ich nicht an diese Emo kommen? Das ist uns mal aufregend. Numero 7. Da, da. Jetzt, jetzt hab ich mal. Ich suche die richtige Stelle, damit ich in die Emo komme. Ich überleg gerade, wie das mit den Geschützen ging. Hier. Hier ungefähr, wo ich bin. Äh, hier geht's auch. Jetzt hab ich. Jetzt hab ich. Wie hast du Mucke noch angemacht? Ja, ich hab angemacht halt. Du bist da draußen noch. Nein, ich bin neben dir. Wie hast du das gemacht? Äh, vor Play und dann mit dem Kasten rumgelaufen. Weil es nie grad aus war, als wir die Runde, äh, neu begonnen haben. Ah, okay. Hey, boah, ist das lustig? Wie lange machen wir das jetzt hier? Ja. Bis wir das Geld haben. Aufkaufen. Keine Ahnung. Wenn wir aufkaufen. Ja, du hast es gesehen, Nico, ne? Die beiden haben es ja noch nicht gesehen. Ja, aber das war das ja, was mich umgebracht hat. Und die müssen raus. Braucht er euch nicht weilen? Ja, weil... Weil ich schon von beiden Seiten kommen. Weil ich schon von beiden Seiten kommen. Aber richtig. Okay. Das ist übertrieben. Das ist schlecht. Ja, das ist richtig schlecht. Wir müssen jetzt hier bleiben. Wenn wir die Kohle haben, dann können wir aufkaufen oder wenn es zu schwierig wird. Wenn nicht weiter? Ne. Okay. Ach man. Das Ding ist... Das hat er mit Absicht gemacht. Da ist nämlich Jugger. Nico. Ich hab' das Schwalben. Und mit Sicherheit... Hey! Da ist Jugger und... Da ist Jugger und 1000 Zombies von uns. Ah, so geht's. So kann man sich ja gönnen hier. Ich kann auch mal Falle abmachen. Ich bin so ein bisschen mit dem rotischen Arsch weg. Ah. Hä? Na ja, mach einfach nicht. Aber pass auf. Die schlagen dich manchmal immer noch. Das ist weit genug hin. Okay, boah. Das ist das, was wir nicht können. Naja, das ist nicht so lustig. Wir hatten hier, glaube ich, ein richtig lustiges Lied. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich finde hier immer noch die Map-Beschreibung von Kevin richtig geil. Meine Map-Beschreibung von der Karte? Ja, als du die gezeichnet hast. Als ich die gesucht habe. Ja, als du die gezeichnet hast, fand ich so geil. Ja, ja. Damit wir... Damit ihr die findet im Internet. Boah. Boah. Ja, ja. Werde ich mit reinpacken. Ich werde das mit reinpacken. Also am Ende dieses Videos seht ihr noch, ähm... Jungs? Wie ich die Map gezeichnet habe. Damit meine Jungs und ich die finden. Weil ich hatte die so in Erinnerung. Hab sie gezeichnet. Und dann sollten die Jungs mit im Internet helfen. Mitsuchen und so. Total lustig. Ja, ja. Muss ich mit rein... Muss ich mit rein einfügen. Ich kann mir gerne nur die Jungs. Zu lustig. Ich komme auch nicht immer ran. Ja, 300 Zombies und Runde 3 oder wie. Aber mein Bild kann gar nicht so schlecht gewesen sein. Weil Phil die dann sofort gefunden hat. Ja. Dann hat Phil ein fotografisches Gedächtnis oder so. Ja. Ich hab das Bild hochgeladen. Zack. Und Phil wusste direkt welche Map ich meine. Phil spielt ja auch auf jeden Map. Ja. Ja. Der will ja wissen was so abgeht. Voll geil. Er hat's direkt gewusst. Das war so lustig. Weil meine Zeichnung ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich weiß gar nicht was sie haben. Richtig mit Texturen, Höhen, Messen, Abständen und so. Ich hab sie halt so gezeichnet wie ich sie in Erinnerung hatte. Alles schön bemaß. Wir können dir nachher was gut zeigen. Er hat so ne richtig gute Werkzeichnung. Ja. Da ist jeder Photoshop und sonst was Künstler ist Amateur im Gegensatz zu Person. Ah, ich hab richtig übertrieben. Ich hab alles, ich hab alles gegeben was ich konnte. Oh, Wahnsinn. Ich komm hier nicht auf Punkte, ne? Kann man hier auch Double Points kaufen? Ne, ne? Äh, äh, nein. Wieder in Übel schlossen, was du irgendwie machst. Ja, machen wir. Mal ein bisschen Kiste gehen, ne? Hm. Eben. Achso, Pack a Punch gibt's auch noch, wenn man aufkauft. Und ne Falle. Pack a Punch, wo? Wenn man aufkauft. Ja, das ist genau gegenüber. Und die Falle von... Da hinten. Und die Falle von Chinonuma. Ja. Da geht's halt direkt andersrum auch, ne? Also du gehst von mir, einmal außenrum, dahinter. Okay. Achtung, gleich hier rausrennen. War gut. Haben's gleich geschafft. Oh ja. Weg da, du... Alter, alle raus! Oh, ja. Tod. Hast du dich verloren? Ich lenke sie ab, ich lenke sie ab. Na, rette dich. Ich glaub mir nie, wie das geht, oder? Bist du draußen oder tot? Da ist doch das lustige Lied, Jungs. Nummer 5. Wie heißt das? Ja, das mein ich. Ententanz, oder was? Ach, der Ententanz. Tötet mal einen. Oder? Das heißt ja auch noch irgendwie anders. Meinen getötet. Hättet ihr auch zu kaufen, oder? Geht nicht, die geht nur von anderer Seite dann auch. Oh, super. Eine wird so... Hammer! Hat er dich getötet? Ja, ja. Dazu passt das Lied doch. Und sowas von. Da müssen wir uns aber in eine Reihe stellen und die nehmen die Schultern halt. Ey, da, 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 der, der Himmel, der kommt mir bekannt vor. Einmal geh ich noch. Oh ja. Da kommt dir bekannt vor, oder? Von Otterler. Ich will auch einmal an die Kiste. Oh, an die Kiste. Nein. Wo kommt das Ding jetzt? Ja, jetzt, wenn er mich noch mal wieder der Zermil, dann klatscht. Oh, so, die gleich landen sie wieder hier, oder so. Ja, ja, wie bei... Ja, ja, wie bei... Ja, es gibt noch ein Kisses kosten. Die wird hier nicht landen. Also... Von mir aus noch mal ehrlich, dass sie einfach wieder mal mit dem gleichen Sporn landet. Ja. Hä? Habt ihr das hier gesehen? Ach, schon Mucke angemacht. Okay, Jungs. Von mir aus können wir Runde vier starten. Mal gucken, wie viele Zombies kommen. Und wie viele Zombies kommen, mal gucken. 400. 500. 400. 400. 500 sag ich. 500 sag ich. Mal gucken. Oh! Wie er übertreibt. Nein, das sind wir nicht. Danach müssten wir aber das Geld haben. Ja, wer traut sich? 50.000? Ne. Kein Fall. Ah ah. Nach den Zombies? Ne. Muss nur noch einer reinhalten. Ja. Ja, das geht nicht. Zur Insta durch noch. Lauf, ja, ich bin dir mitge... ich bin mitgegangen, Oiga. Wir schützen dich. Ja. Du bist hier einfach nur ein Lacksteller. Ja, 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 ja. Ist das meine Nate, die wieder zurück haben? Wahrscheinlich einen Kopf gebrochen. Ah. Ne, dann wär der Fenster. Ah, doch. Hätte trotzdem zurückfallen können. Ach, zu viert geht die Map, Jungs. Wie ich euch die beschrieben hab, ne? Hab da ja nichts solcher richtig eingeschissen haben. Ne, ich hab mich so weggelacht, also. Ja, ihr müsst euch ja... Ne, ich mein jetzt, von der Schwierigkeit her, hab ich euch die auch ganz anders beschrieben. Aber, wie gesagt, zockt ihr zu zweit, ohne Scheiß. Das ist echt nicht lustig. Ja, du weißt, was wir vorhaben, demnächst, ne? Äh. Soll spielen. Ah, ich hab auch Esmin, fällt mir leider ein. Was? Das heißt, demnächst müssen wir uns zweit spielen, oder? Jungs, ich pack das. Da sind weniger Zombies. Da sind weniger Zombies. Deshalb hab ich vorhin gesagt, passt auf, Jungs, 101 kommen 80 Zombies. Aber es waren ja jetzt in Möglichkeit 103. Nico? Ja? Da beweisen wir Kevin unseren dicken Internetländer. Äh. Jungs, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mit reinhalten hier. Machen wir. Ja. Ja.